so hallo wir machen weiter beim mario maker 2 mit gerade sich aufladen im controller ich hoffe das geht ein bisschen mit der kann ich mir nicht dass die hier ich habe jetzt nämlich die switch ein bisschen verschoben dass ich hier trotzdem mit dem kabel rankommen so ja wir haben wir haben drei frank 44 frank oh gott auf geht's extremer version 4 of the night of darkness das ist dann die nykto phobia die nykto phobie wahrscheinlich nacht phobie oder so keine ahnung dessen deutsch heißt vielleicht nacht phobie aber wir sehen ja alles insofern brauchen hier keine angst haben so lange man alles sieht ist doch alles fein ist allerdings das erste level von frank was wirklich fünster ist noch kommt checkpoint das ist nicht was ich wollte mein checkpoint nein ich glaube der checkpoint würde auch ein lichtstrahl haben da schießt er jetzt noch mal was raus ich muss mal gucken nicht dass ich da unten gleich abgeschossen werde aber scheinbar kommt da nichts mehr nach dann müsste das doch eigentlich funktionieren hier jetzt hier einfach drüber springen und hier drüber und dann da hoch und da ist mein checkpoint ok der checkpoint wird nicht ausgeleuchtet also nicht von selbst gut dass da der checkpoint war aber ich mag dass die kombination von dunkelheit und frank level design ist echt gut sehr coole ideen muss man so sagen das kann man wirklich anbieten oh gott ja es war klar dass das da muss ich mich jetzt erstmal oha ok da muss ich mich jetzt erstmal rein gewöhnen aber ja auch das ist frank level design solche sprünge aber man kommt ja recht schnell wieder hin das ist ja nicht so schwierig durchzukommen da muss man ein bisschen geduldig sein und dann zum auch schon wieder hier naja der wird jetzt der wird jetzt fies der ist auch so schon fies ohne das feuer ohne ja ohne die dunkelheit wollte ich sagen okay dann darf ich nicht so schnell sein da muss ich mich etwas gedulden na gut gedulden wir uns da eben etwas will mich aber nicht gedulden viel zu ungeduldig immer wieder so jetzt ob das ist das fies gewesen aber das fies okay oh gott oh gott oh gott oh ha in der mitte landen da hoch ich habe mich doch gefragt dreht er um oder kommt er durch er kommt leider durch ärgerlich einfach durchkommt müssen wir den sprung halt noch mal machen müssen wir den sprung halt noch mal machen aber das ist das ist fies hier unerwartet dann das ist nicht nett so der kommt jetzt also da durch okay jetzt macht er einen abflug und wir müssen hier in der mitte oh gott da wird er war wichtig boss fight ok ok normale punkte kriegen wir hin kriegen wir hin ich habe gerade was gesehen wenn wir jetzt noch mal sterben sollten wenn ich das ausprobieren also hier unten muss ich eigentlich gar nicht darauf achten hier passiert gar nichts schlimmes eigentlich ist also das feuer was darum fährt ist nur fürs licht da das ist nicht was mir weh tut ich muss nur darauf achten dass da die ok da ist nichts da ist nur so eine so eine ecke ähm ich muss einfach nur darauf achten dass mich die spineys die unten laufen nicht erwischen das ist alles also na an sich ist das feuer ist völlig irrelevant das feuer ist völlig irrelevant es geht um bum bum und wenn der einmal am boden liegt ist sowieso vorbei wenn der einmal am boden liegt dann kommt der nicht mehr hoch also das ist nicht das problem dann haben wir das level geschafft sehr schön und dies bein ist muss ich halt nur beachten wo die sind nur das ist das ist jetzt nicht so wild jetzt kommt der sack und jetzt kommt er nicht mehr hoch wenn ich halt dumm bin schon ach mist das ist nicht schwierig das ist jetzt wirklich nicht schwierig das kriegen wir hin das ist nur eine frage der zeit ich würde ihn halt gerne gleich unten lassen wenn er einmal loslegt das ist so eine eigentlich einfache taktik und ich versau das was ein schuss der kann ja richtig gas geben ach mist jetzt ist aber erstmal das bein die drüben jetzt kann man das hier in ruhe angehen und jetzt da war es was ich wollte so was passiert jetzt noch okay okay hier irgendwo die pflanze da aber wir sind doch nicht durch okay es gibt noch gefährliche stellen bin ich elo sehr schön sehr schön das war das erste franklevel so ganz weiter gehen wenn wir fünf minuten für jedes frankklip Okay, 8 Minuten haben wir gebraucht. Wenn wir 8 Minuten für jedes Frank-Level brauchen, kommen wir hier ganz gut durch. Bullet Train. Not sure if it counts as train, but the bullet part is there at last. At least. Okay, Frank. Wir gucken mal, ob das als Zug zählt. Wenn das nicht als Zug zählt, gibt es einen Punktabzug. Dass wir uns hier verstehen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Zug. Okay. Vielleicht sollte ich das nicht machen. Vielleicht sollte ich einfach nur auf dem Ding entlangfahren. Ah, es ist so ein SMB2-Level, da habe ich jetzt auch schon wieder Angst. Wir hatten schon mal so ein SMB2-Level von Frank. Das ging nicht gut aus. Das ging überhaupt nicht gut aus. Ach so, ich kann ja gar nicht auf dem Abspringen. Der ist ja auch fest für mich. Da war ja was. Okay. Rutschi. Oh, viel zu... Was? Viel zu langsam. Oha. Also gleich... Oh mein Gott. Ich glaube, das Level verschieben wir erst mal nach hinten. Also damit möchte ich jetzt gerade mich tatsächlich weniger beschaffen. Da bin ich ganz ehrlich. Weil das Level hat so viel Fail-Potenzial einfach. Ja, wahrscheinlich. Ach, nee, das ist das, was ich meine. Nee, da werde ich frustriert. Da werde ich frustriert bei dem Level. Wir gucken mal die anderen an. Speed Block C. Such a handy Flotation Device. Ah ja, aber das, das gerade... Da frustriert mich jeder einzelne Tod. Okay, ich wette, den brauche ich noch. Ja. Also den muss man immer bestimmt bis zu der Mancha mitnehmen. Und dann schnell sein. Und dann schnell sein. Oh je. Und ich bin zu langsam. Okay. Das ist schon... Das ist jetzt schon eher was, wo ich nicht sofort frustriert bin, wenn ich sterbe. Aber dieses Level gerade, was wir hatten... Na, das war einfach... Nee. Nee. Oh nein. Also sowas darf da halt überhaupt nicht passieren. Da ist schon wieder... Jetzt ist schon wieder vorbei. Jetzt komme ich schon überhaupt nicht mehr da durch. Okay. Da muss man echt fix sein. Nimm ihn doch mit! Nein, nicht der Art. Man darf da überhaupt nicht hängen bleiben. Sobald man da hängen bleibt, ist es vorbei. Sobald man da hängen bleibt, ist es einfach vorbei. Ja, so ist gut. Und da bin ich aber jetzt... Es ist alles nicht optimal, was hier passiert. Und gleich weiter, gleich weiter, gleich weiter, gleich weiter. Und den da mitnehmen? Komm schon! Nein! Okay. Wie würde es dann weitergehen? Hier runter? Gott! Ich meine, da kann ich wieder ein bisschen aufholen, glaube ich. So ein bisschen zumindest. Vielleicht ein bisschen. Ich weiß es nicht. Die Frage ist auch... Ich glaube, ich kann ihn da sogar eher loslassen. Ich glaube, dann senke ich es... Dann geht es schneller runter, als wenn ich ihn in der Hand habe. Ich glaube, das war mein Fehler. Ah, ich muss mein Headset. Hilfe! So. Neuer Versuch. Oha! Das hat nicht hingehauen. Nein! Ich will ihn doch wegkicken! Nicht loslassen! Dann den hier mitnehmen! Schneller! Aber ich bin so langsam, ne? Und dann den hier... Dann den hier! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! So, jetzt habe ich ein bisschen Auffüllmöglichkeit. Weil jetzt kann ich... Hier kann ich jetzt richtig Gas geben, ne? Oha! Hat sich erledigt mit dem richtigen... Oh mein Gott! Warum muss das sich da drauf stellen? Nimm den doch einfach mit! Dude! So! So! So viel Vorsprung hat man noch nicht! So weit vorne waren wir noch nie! Oh mein Gott! Wir sind gerade richtig weit vorne! Oh na! Oh, ich dachte schon! Nein! Ich bin hängen geblieben! Nein! Schnell! Ich brauche den Vorsprung! Nein! Not like this! Hoch! Nicht runter! Los geht's! Hopp! Hoch! Mann! Oh Gott! Hoch! 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 Unter! Gut! Guter Vorsprung bisher! Sehr guter Vorsprung! Ja! Yes! Yes! Go! Go! Runter! Zack! Hopp! 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 Was kommt jetzt? Nee! Ich habe den Ding verpasst! Hier kommt bestimmt der, 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 der Dings! Der, der, ne? Weißt du schon! Checkpoint! Da kommt safe der Checkpoint danach! Okay! Ah! Ich geh da nicht hoch, Mensch! So ist gut! Das war gut! Das war gut! Das war gut! Das war richtig gut! Jetzt schön unten hoch rüber! Sehr schön! Aber wir sind gerade richtig gut in der Zeit, ne? So! Zack! Ah! Wunderbar! Wunderbar! Jetzt kein Fehler machen! Wir haben gut Vorsprung! Sehr schön! So! Einmal den und off drücken! Nicht so hoch! Nicht so hoch! Nicht so hoch! Nicht so hoch! Dann den Pau-Block mitnehmen! Hier unten durch! Prima! Und durch die Röhre! Komm! Gib mir den Checkpoint, den ich brauche! Yes! Okay! Jetzt geht's nach oben! Interesting! Okay! 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 Ich bin ein bisschen langsam, glaube ich! Ich meine, ich krieg alles noch, aber ich glaube, das wird auf die Dauer nicht gut gehen! So weit unten zu sein, ist glaube ich nicht das Beste! Ja! Okay! Und die Frage ist auch, wie viel Vorsprung brauchen wir an gewissen Stellen! Also hier muss ich, glaube ich, besser, deutlich besser hochkommen! Ja! Ich glaube, das war besser! Ah! Ich bin hängen geblieben! Ich glaube, das war kacke! Ja! Das war kacke! Es ist zwar, es ist ungefähr so wie vorhin, so ich bin wieder da, bin unterwegs, aber das wird nicht... Na! Es ist besser! Es ist deutlich besser als vorhin, aber jetzt muss ich bis zu dem und off wieder runter! Ja! Okay! Aber da oben ist schon wieder Ende! Da oben steht wieder Ende! Okay! Schnell, kurzer Abschnitt! Kurzer Abschnitt! Kriegen wir hin! Das ist gar nicht so schlimm! Der Abschnitt ist gar nicht so schlimm wie der erste! So! Hier ist der wichtige Teil! Hier muss ich schnell hoch! Ja! Sehr schön! Sehr, sehr gut! Sehr, sehr gut! Jetzt nicht, nicht, nicht joken! Jetzt nicht joken! Es ist bisher alles gut gelaufen! Es ist alles bisher gut gelaufen! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Auch das läuft super! Ja! Das sieht gut aus! Ja! Das sieht gut aus! Das sieht sehr gut aus! Gib mir den Checkpoint! Gib mir den nächsten Checkpoint! Oder so! Das nehme ich auch! Das nehme ich auch! Yes! Eui eui eui! Okay! Das war... War okay! War okay! War okay! War okay! Zum Glück sehr kurze Abschnitte! Zum Glück sehr kurze Abschnitte! So! Und dann haben wir noch Creepy Crossing! Buzzy Beatles, Boos & Bridges! Oh je! 1,45! Das klingt nicht so gesund! 1,45! 4,50! Wie sieht dieamentalisierung doch aus? 2,50! 1,50! 2,50! 3,50! ach so da muss ich schnell rüber verstehe weil danach geht es gar nicht mehr der wird direkt gekillt danach okay alles klar musste ich erst einmal sehen dass ich es falsch mache jetzt mache ich es richtig das heißt es sind immer so zeitüberquerungen ich dachte ich von dem ab also dass ich von selbst abspringen aber natürlich laufe ich auf dem auf ich Das war's für heute. die geht geht da drüben kommt der nächste übrigens also so wenig ich das nicht noch hören kann aber in dieser musik box version ist irgendwie cool okay da muss ich sofort hinterher wieder was gelernt einen schritt weiter es lädt irgendwie zum mit summen ein ich weiß auch nicht das hat so deutlich beruhigeren bis als das normale und man braucht vielleicht gar nicht nur noch aber wahrscheinlich muss man in verandert stellen um stellen auch diesmal gleich hinterher nein wieder zu langsam ich sehe leider noch nicht was dann kommt ich muss dann von der blauen plattform aus irgendwohin weiter aber ich weiß noch nicht wie genau der sprung aussehen wird das ist ein bisschen kritisch vielleicht sollte ich nicht ganz so schnell nach vorne preschen dass ich genug zeit habe dann diese plattform aufzusehen okay das ist der sprung ich hätte wahrscheinlich ja okay ich muss vor dem da ankommen ich muss vor dem da ankommen die PROF. dich die 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 Du, 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 du du, du du du. Okay. Nein! nein ich dachte schon okay okay und jetzt kommen da unten erster abschnitt geschafft was jetzt okay ich versteh schon magst mich so richtig okay besser ich könnte ja ein bisschen hoch fliegen hier dann kann ich ja das ist eigentlich gar nicht so verkehrt okay okay die frage ist will ich den wieder umstellen nein will ich nicht okay nicht was alles ist okay 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 das war das war selten dass wir da ein stück so gut gut dass der check und da war okay das ist einfach nur ausweichen kein kein ding das ist ein bisschen mit den dingern spielen okay das hätte fast funktioniert nichts weiß weiß ich wie es weiter geht aber jetzt weiß ich dich was kommt okay ach gott ok und jetzt da muss ich hin und her weil okay verstanden da muss ich ein bisschen hin und her da kommt wahrscheinlich ein neues taxi ja das mein taxi ziel yes nein ach man wir hätten das video unter eine halbe stunde haben können ich wollte nicht es war mir wieder zu kurz das video für eine halbe wir hätten es haben können es wird jetzt bestimmt 35 minuten oder so mark my words ich werde das jetzt nicht ich werde ich hoffe ich werde aber ich glaube es nicht ich kann es mir einfach nicht vorstellen dass ich das jetzt hinkriege es ist eigentlich ja nicht will also ich bin ich halt die klappe okay ich habe nichts gesagt es war wirklich nicht schlimm es war halt wirklich nicht schlimm okay wir schaffen es unter einer halben stunde wir schaffen es unter einer halben stunde schnell 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 so danke fürs zuschauen und tschüss